Die Behandlung von Harnsteinen ist mit dem Laser ein Klacks. Wenn die Salze im Urin auskristallisieren, härten die aus und bilden kleine Steinchen. Diese Steinchen müssen dann im Harntrakt ausgeschieden werden und so sie dann im Harnleiter landen und es Probleme gibt, kriegt der Patient Probleme, nämlich starke Koliken. Die Gefahr bei Harnsteinen besteht darin, dass die Niere einen großen Schaden nehmen kann. Es kann zu einem Nierenversagen kommen, es kann auch zu Infektionen des Harntraktes kommen, die im schlimmsten Fall bis hin zu einer Blutvergiftung führen können. Laser spielen in der Therapie von Harnsteinen eine ganz große Rolle. Wir haben hier vor allen Dingen den Holmiumlaser, der diese Steine in kleine Bröckchen zerschlagen kann, macht das sehr elegant und minimalinvasiv und wir haben jetzt mit dem Thuliumlaser ein neues Mitglied in der Familie, welches vor allen Dingen diese Steine zerstäuben lässt. Und dieser Staub kann dann mit dem Urin problemlos abfließen.